Jo Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Terraria Together Ist jetzt gerade das erste Mal das mit den coolen neuen 2. Ok, weiter. 1.2 update 2.0 update spiele Deswegen... und was war das denn erst? TinOhr steht hier. Ich glaube da... da ist Blei, oder? Nein, das ist 10. Blei und 10 ist so beides vergleichen. Blei wer liegt? Ok. Das... So, wenn gleich wieder irgendwie das Internet abkackt, dann... Dann schreie ich erstmal ganz laut. Vielleicht liegt das noch an deinem Server? Ja. Vielleicht liegt es auch an dir. Nö. Jetzt klappt das ja einwandfrei im Moment. Ja. Hast du letztes auch gesagt und dann ist das ausgegangen. Ja. Oh, ich glaube liegt echt an deinem Server. Ich kann dir mal kurz ein paar coole neue Features zeigen. Man kann bergauf laufen. Man kann eine Mini mit aktivieren. Entweder so mit ein Aperation oder hier oben an der Seite kleben. Ja, die habe ich gerade... Ich habe gerade auch mal die Karte gezeigt. So, jetzt habe ich die weggepackt. Also, ich fände die besser, wenn man die craften müsste. Ja, das wäre cool. Ich fange jetzt schon mal an mir ein Haus zu bauen. Ja. Äh, bauen wir uns nicht beide eins. Wie bitte? Bauen wir uns nicht beide eins. Doch, aber ich fange jetzt schon mal an mir ein Haus zu bauen. So, ich glaube bei Skype sieht man jetzt... Also, man sieht jetzt, dass ich bei Skype gerade jemanden habe, der umgekommen ist. Mein Programm ist cool. Das zeigt nicht mal an, wenn ich jetzt irgendeines Werkzeug habe. Ja, ich glaube das zeigt auch nicht bei mir an, weil ich habe das jetzt so eingestellt, dass man nur das hier sieht, Terraria. Mal gucken. Boah, ich finde das hier ist doch bestimmt die perfekte Stelle für ein Haus. Ja, ich baue mal ein Haus hier oben, ne? Ja, ich baue es hier unten. Ja, du wohnst dann unten. Ich bin der Überflieger. Genau. Und ich habe versucht, meinen Roboter digital getreu zu machen, aber das ist ein bisschen schwierig. Ja. Ich baue mein Haus doch hier hinten. Äh, wir sollten gleich mal in eine Gruppe gehen. In ein Loch? Nein, in eine Gruppe. Ich nehme blau. Wieso blau? Ich will rot. Ja, und ich habe jetzt mal blau, dann weil sie immer rot nehmen, wenn ich privat spiele. Ja, weil ich rot cool finde. Weil ich rot cool finde. Wenn ich auch rot und blau und grün, die einzige Farbe, die ich über alles ganz und gar nicht hasse, ist B. Pink. Ja. Pink würde ich mir jetzt zwar nicht anziehen, aber... Das ist witzig. Ich habe mit dem Kumpelleuchten Spiel gespielt, da kommen wir mal so ein bisschen. Und dann halt im Prinzip den Panzer, den man dann bekommen hat, fährt. Was war richtig? Ich fährt den Panzer erst mal pink. Ach, und das war kein Saints Row, das du da gespielt hast? Ne, das war kein Saints Row. Ich kann... Ich kann das Holz nicht mehr abbauen. Äh. Muss man da tippen? Ne, ich wusste noch nicht, dass ich das mit der Kopfersprüche wegmachen muss. Und was war das grad? Ich hab grad einen Haseln getötet. Oh, ist das... Ne, mir... Da ist grad was, äh, oben links in der Ecke bei mir gewesen. Okay. So. Direkt setzt sich mal fest. Hier gibt's also immer noch... Äh... Welch gibt's immer noch? Hier den Holzverfahren. Ich hab mich übrigens jetzt ganz kurz über das Update informiert. Aber weil man erstens, äh, in der, da wo ich mich informiert hatte, noch gar nicht so genau wusste, was damit eigentlich wird. Und zweitens ich mich ja jetzt nicht komplett spoilern lassen wollte. Weiß ich nur ein paar Sachen. Ja. Und ich wusste schon relativ viel. Ja. Ich weiß, es gibt neue Items, neue Biome, neue Bosse. Ich hab dir ein paar erzählt. Ja. So, ich hab dir jetzt schon zwei Räume, aber noch nicht fertig gebaut. Erstmal Werkbank herstellen. Äh... Wer das... Oh! Man... Man kann, äh... Holz... Man kann eine Holzrüstung bauen. Eine Holzrüstung? Ja. Äh... Und Holz, äh... Äh... Fans. Das sind Zäune. Ja, ich weiß. Aber langsam nervt mich hier, äh, Avira ein bisschen. Und ein Holzbogen. Aber den kommt man, glaub ich, vorher auch schon, oder? Äh... Ah, der ist so neu, der Holzbogen. Äh... Bogen. Eine Dreckwand kann ich mir bauen. Für eine Holzwand. Die kann man sich auch schon immer bauen. Aus Holz? Ne, Dreckwand aus Holz. Nein, aber ne, Dreckwand aus Dreck. Wow. Ich find's echt toll. Ich hab mich nicht über das Update informiert. Und du hast offenbar immer noch keine Ahnung über das Spiel generell. Ich hatte nie Ahnung über das Spiel generell. Ach, man braucht jetzt die Spitzhacke, um die Holzflanken abzubauen. Hä? Brauchte man die vorher nicht? Ich hab gedacht, da braucht man jetzt. Äh, äh, ähm, braucht man vorher schon. Man braucht normalerweise für alle Holzgegenstände die Axt. Ja, ich wusste das eh nicht. Ähm, ich hätte gerne die Decke noch ein Feld höher. Das wäre jetzt ehrlich einerseits ein bisschen beschissen, weil ich jetzt immer springen muss, wenn ich einen Deckenblock platzieren möchte. Äh, wo kommt der Guide rein? Zu wem? Äh, mir eigentlich recht egal. Hauptsache ich krieg ihn. Ach so. Nein. Äh, äh, von mir aus, hm. Für den Anfang hätte ich gern den Guide, wenn ich echt kriege, was man sich alles neu machen kann. Ja, probier den mal aus. Gut. Hm, probier den mal aus. Es fängt irgendwie ein wenig falsch. Lass mich. Gut. Ich find's cool. Jetzt verbindet sich endlich Gras mit Falze direkt. Jetzt sieht's nicht mehr ganz so hässlich aus. Okay, jetzt sieht's irgendwie wieder hässlich aus. Was hab ich gerade gemacht? Also bei mir sieht's im Moment gut aus. Hätte ich jetzt nur einen Hammer, um das hinten da weg zu machen. Ja. Ich bin auf jeden Fall schon mal sicher für die Nacht. Ja, ich auch. Ich hab zwei, äh, ähm, Räume. Ja, ich hab das jetzt nur einen. Dafür aber gleich sogar schon bereit für den NPC. Äh, ich hab gleich zwei Räume bereit für den NPC. Ja. Entschuldigung, dass ich jetzt nicht direkt hier alles hab. Oh, Megaterross ist online. Hä? Was? Hä, wieso? Ähm, aus der Holzwand kannst du wieder, äh, Holz raus machen. Oh, das ist auch cool, dass man jetzt endlich mal rückgängig macht. Dann kann ich hier direkt mal alles vorachten, umabhängig davon, ob ich jetzt das B mach oder nicht. Da kannst du einfach aus den anderen, äh, Räumen alles wegbauen und dann hast du wieder Holz. Genau. Äh, ich muss mal ganz kurz, wie viel Holz braucht man jetzt eine komplette Holzrüstung? 20, 50, 55, 75. Ich glaub, ich würd mir gar nicht erst eine Holzrüstung bauen. Äh, wie viel gibt die Verteidigung? Zwei. Aber ich würd mir den Z-Bonus gern ansehen, deswegen eins. Den Z-Bonus. Z-Bonus. Drei. So. Aha. Zwei Verteidigung insgesamt. So, ich hab jetzt zwei Räume, äh, einsatzfähig. Ich wohne mir noch ein bisschen Holz. Du wohnst aber ganz schön weit weg von mir. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Das fällt mir erst jetzt auf. Guck mal ins Inventar rein. Ja, da ist jetzt ein neues Teil. Nein. Auf die linke Seite. Crafting Window. Da drüber. Hotbar einriegelt. Oder das neue, äh, Inventar Dingens. Genau. Wir haben jetzt ein größeres Inventar. Ja. Kannst du mal grad gucken, wie lang wir schon aufnehmen? Äh, ja, wir nehmen jetzt seit neun Minuten und 13 Sekunden auf. Okay, dann haben wir gleich 15. Oh scheiße, jetzt komm ich ja nicht mehr raus. Oh cool, paar Keine haben nicht Animation. Wasser hat... Ja, ich weiß. Herrlich. Herrlich, ich krieg gleich... Nö, ich hör nix. So, ähm... Okay, jetzt hör ich was. Bei Nacht draußen rum, weil ich brauch mehr Holz. Ja, und ich geh hier, äh... Holz für sowas wie ne Rüstung verständet. Ja, was gibt's? Ich bin hier grad in so ner Höhle unter deinem Haus. Äh, gut. Ja. Na gut. Ich baue Steinblöcke ab. Ich bin da nicht ein, das werde ich dann später vermutlich wieder zu bauen. Der Hintergrund ist cool. Ja. Irgendwelches... Trönen des Lianen Zeugs. Ich würd grad gerne wissen, warum dieser Baum nicht abgebaut geht. Abgebaut geht. Abgebaut geht. Abgebaut geht. Hey, was geht abgebaut? Ich hab grade, ey, was geht abgebaut. Ja. Woher hab ich Seile? Seile? Auf. Hilfe. Hast du vielleicht welche gefunden? Ja, vermutlich. Ah. Wählen wir die Seile doch mal aus. Ah, das sind Seile. Weil die haben ja super geklappt. Ja. Die schleimen aber nicht. Was suchst du denn da in meinem Haus? Ja, das wollte ich nachher zu. Ich hab da nur grad mal einen Stern über deinem Haus gesehen und dann hab ich mir den geholt. Wie genau macht man sich diese Seile, würd ich gerne mal wissen. Äh, vielleicht findet man die einfach... Aber ich denk mal, die macht man mit Lianen oder sowas, oder? Dann hinkommen. Oh. Was hat der Zombie denn da auf dem Kopf? Keine Ahnung. Ein Wasserglas, oder? Oh, der hat richtig... Der überlebt richtig lange. Ich mach dem nur einen Schaden. Ja, dann solltest du vielleicht mal... Ja, dann solltest du vielleicht mal... Äh... So, Arten getötet. Moment mal. Moment mal. Wo ist dein Ticket? Was? Man kann jetzt... Ist ein bisschen sinnlos, aber wenn man einmal mit nem Hammer auf so nem... Holzklassform schlägt. Wenn man mit dem Hammer auf die Holzklassform schlägt, dann wird die halt... Naja. Wie geht's mal aus, was ich meine? Hast du auf die Holzklass... äh... äh... den ganz drauf geschlagen? Du weißt doch, was ich meine, oder? Die ich da hingelegt hab? Nein. Okay. Ey, geht der? Ich hab halt auf eine dieser Holzklassformen gemacht, wo man durchfallen kann, wenn man möchte. Ja, ich weiß. Oh, die kann man tiefer machen. Tief oder höher. Tief oder höher. Ja. Boah, das ist schon der nächste Zombie mit so nem Glas aufm Kopf. Hm. Ich baue mal grad einen sicheren Übergang zu dir. Und ich baue mir nen Keller. Ja. So geht's auch. Wieso? Wieso geht's so auch? Ja. Wieso geht's so auch? Ich baue mir doch nur nen Keller. Wieso geht's so auch? Weil's so auch geht. Der Doof ist, ich bin in meinem Haus von beiden Seiten angreifbar. Ja, und ich nicht, oder was? Ja, aber früher in unserem anderen Haus, da hatten wir nur von einer Seite Angriff. In meinem nicht. Aber in meinem. Meinst du, so ein Fisch, das Zombie? Ja. Na, der hat jetzt aber auch nicht mehr erlebt als ein normaler. Das ist ne Schleim-Zombie-Kombination. Haben die sich fusioniert? Ja. Ja. Ist da grad was hochgeflogen? Was hast du da gemacht? Ähm. Ich hab mal so ein Seil ausprobiert. Und was kann das? Na ja. Es sieht ziemlich interessant aus. Das brauchen wir auf jeden Fall gut in Höhlen. Aber wenn's nur interessant aussieht, dann hilft mir das nicht viel. Warum ist denn das jetzt plötzlich so ganz, ganz dunkel? Was ist das ganz, ganz dunkel? Das Spiel. In der Nacht. Na ja. Es war ein Affe zwischendrin, falls du es nicht gemerkt hast. Vielleicht dieses Nachts ist es dunkel. Leer. Dunkelleer. 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 Me Übert.